Also der Einstieg ist ganz klassisch die Roulade. Ich muss nicht genau exakt dünn schneiden, ich mache das portionsgenau, also das ist auch sehr sehr wichtig, dass ich dann grammgenau arbeiten kann und die Fleischpresse das dann auch auf die Größe dünne und die Größe ausbreitet. Dann ist so ein klassischer Gericht zum Beispiel in der französischen Küche Straßburger Vögele. Man hat einen Kalbsrücken, der dann mit Leberpastete gefüllt wird. Auch da kriege ich dann mehr Rollen hin. Spanische, italienische Gerichte, wenn ich die mit Parmaschinken, Serrano-Schinken fülle, dass ich schöne viele Schichten kriege, ist es sehr gut. Cordon Bleu, dünner, zum Beispiel doppelt gefaltet, ist sehr sehr gut. Schnitzel, Minutensteaks oder wenn ich alles auf eine einheitliche Größe bringen will, also jegliches Fleisch. Dann haben wir auch schon gemacht Leberkäs oder Fleischkäs in Sternen ausgestochen, also mit zwischen zwei Folien, mit der Fleischpresse platt gemacht, auf eine einheitliche Größe, ausgestochen und dann kurz angebraten. Burger, einen großen Teil, platt gemacht, einheitliche Größe und dann ausgestochen. Alles, was ich in eine Größe bringen will, kann das. Sogar der Pizzateig, der funktioniert auch. Also, das war's. Sogar der Pizzateig. Sogar der Pizzateig, der Pizzateig ist wieder auf, was ich in die Größe verletzte, Sogar der Pizzateig mit, wenn ich in die Größe bin,